Wir gehen momentan mit schnellen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Unsere Gesellschaft kennt Weihnachten unter dem Begriff das Fest der Liebe. Weihnachten ist für viele bekannt als das Fest der Freude, auch der Gemeinschaft. Es scheint besonders dieses Jahr unter denen durch die Politik mit bedingten Maßnahmen anders zu werden als sonst. Aber mal ganz abgesehen davon, während Weihnachten für viele traditionell eigentlich ein Freudenfest gewesen ist und ist, gab es immer einen gewissen Prozentsatz, der an Weihnachten gelitten hat. Ja, der Weihnachten nahezu gefürchtet hat. Weihnachten als ein Fest der Trauer. Und wie ich befürchte, dieses Jahr mehr als sonst. Das sind Menschen, die leiden darüber, dass sie eine oder mehrere Hiobsbotschaften dieses Jahr erfahren haben. So zum Beispiel im vergangenen Jahr einen geliebten Menschen verloren haben. Ein Platz, der sonst besetzt war und auch weiter hätte besetzt bleiben sollen, ist plötzlich leer. Dass diese Person fehlt, wird an keinem Tag so deutlich wie gerade am Ende des Jahres an Weihnachten. Oder da leidet jemand an einer Diagnose, die er bekommen hat und er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und vielleicht wird es sein letztes Weihnachten sein. Wie viele Menschen gehen auf die kommenden Feiertage so zu und sind gequält von erlebten Enttäuschungen, dieser ständigen Isolation und Einsamkeit, die dieses Jahr überschattet. Und fragen sich in ihrer Not, warum? Wo ist Gott? Genau diese Thematik soll heute von einem bestimmten Gesichtspunkt angesprochen werden. Und wir schauen gemeinsam in ein Buch hinein, das Buch Hiob. Und wir stellen bei Hiob fest, dass wir als Überschrift einfach mal wählen, inmitten von Schmerz ein betendes Herz. In Hiob wird Freude und Leid in allem vereint. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Thema beschäftigt, Grundlagen des Glaubens, das Geheimnis des Gebets. Und es gibt ja so manche Männer des Gebetes, die man aus der Bibel kennt. Da ist zunächst vor allem an Jesus Christus als Beter selbst. Da ist Mose, da ist Elia, da ist David, der die Psalme großteils geschrieben hat. Und Hiob ist sicherlich einer der wenig bekannten Personen, einmal der Bibel generell, aber auch des Gebets. Und insofern denke ich, umso wichtiger, dass wir uns da einmal mit beschäftigen unter dem Titel, inmitten von Schmerz ein betendes Herz. Warum ist Hiob so unbekannt? Nun, zum einen, weil dieses Buch ganze 42 Kapitel lang hat. Und wenn wir, oder ja, am Stück hat, wenn wir uns einmal eine Übersicht anschauen, der alttestamentlichen Bücher, sehen wir, dass die Psalme, ja, zusammengesetzt aus fünf Büchern am stärksten hinausschießen mit der Kapitelanzahl. Aber wir sehen auch hier markiert, auf dieser Seite, wie Hiob auch relativ lang ist an Versen, an Kapiteln. Und insofern, meine ich hier eher mal umgehen, eher lieber umgehen, weil es nicht so leicht zu lesen ist. Und in seiner Struktur und auch, indem man es liest, etwas langartmig auf den ersten Blick scheint. Wird insofern nicht als die präferierte Lektüre des Alten Testaments gewählt. Wir werden heute in einer kurzen Zeit natürlich nur einen Vogelflug über Hiob machen können. Und ich beanspruche mit diesem Vortrag mitnichten, dass ich dem Buch Hiob gerecht werde. Aber ich glaube, dass wir einen Tiefhochflug begehen werden, indem wir an dem Buch Hiob aus einem speziellen Blickwinkel eine besondere Einzigartigkeit entdecken werden, die das Buch besonders wertvoll macht. Es ist mit Gebet verbunden. Und es ist auch mein Gebet, dass, ja, die das Sehen und Hören ermutigt werden, zum einen das Hiobs Buch zu studieren, zu lesen, und zum anderen aber auch zu erkennen, dass es im Eigentlichen ein Trostbuch für uns sein soll. Bevor wir beginnen, ein paar grundsätzliche Aussagen, ein paar grundsätzliche Fakten über das Buch Hiob. Wer war Hiob? Hiob war sehr wahrscheinlich kein Jude, sondern ein Heide. Einige Kommentatoren weisen darauf hin, dass er um bzw. vor Abrahams Zeit lebte. Und der Name Hiob ist ein Satzname, wie man es auch nennt. Satznamen kommen öfters mal in der Bibel vor. Finden wir zum Beispiel bei Isaac. Isaac heißt übersetzt, er lacht. Oder Jakob, der Fersenhalter oder der Windschattenfahrer. Wörtlich eigentlich der Fersenhalter. Und nach Benedikt Peters sehr empfehlenswerten Hiob-Kommentar empfiehlt er Hiob zu übersetzen, wo ist der Vater? Hiob, wo ist der Vater? Das zeigt uns schon einmal den Grundton vom Hiob-Buch. Mitten von Leid fragt der Gottlose, wo ist Gott? Der Erlöse, der Gott durch Jesus Christus vom Vater hat und eine Beziehung zu Gott, wie zu einem Vater hat, fragt in der Not, wo ist der Vater? Weiter stellt sich einmal heraus, dass Hiob wirklich ein Geschichtsbuch ist. Es ist nicht ein Mythos, nein, es ist ein Geschichtsbuch. Das bestätigen besonders zwei Verse, die wir hier mal dargestellt finden. Ezekiel 14 und Jakobus 5. Da spricht zum Beispiel Ezekiel davon und es wären die drei Männer Noah, Daniel und Hiob darin. Unabhängig worum es da jetzt geht. Daniel, Noah und Hiob werden hier zusammen genannt als geschichtsträchtige Figuren. Das gleiche nimmt auch dann im Neuen Testament Jakobus auf und Jakobus spricht im Neuen Testament von dem standhaften Ausharren Hiobs, was seine Empfänger kannten. Er spricht auch von einer wirklich realen geschichtlichen Person. Nun fragen wir uns, wann das Buch Hiob geschrieben wurde. Das ist nicht sehr leicht zu datieren, aber man kann so ein paar Indizien, einmal zum Beispiel Geldwährungen, die angesprochen werden, oder auch Naturereignisse mit rausnehmen, die darauf schließen lassen, dass Hiob zur, beziehungsweise zur Zeit Abahams oder davor stattgefunden hat. Also circa im dritten Jahrtausend vor Christus. Wo lebte Hiob? Die nächste Frage. Auch eine Frage, die nicht so leicht zu klären ist, aber wir einmal einen Blick werfen wollen auf die Geografie in dieser Karte. Da stellen wir fest, dass Hiob 1, Vers 1, direkt mit dem Land Utz beginnt. Und Utz ist sozusagen dieser zentrale Fokus. Dort findet das Ereignis statt, oder wovon ja Hiob das Buch berichtet. Und Utz war einer von Arams Söhne, von Arams Söhne und ein Enkel von Shem. Das war der Sohn Noas. Wir bekommen durch einen weiteren Indiz nochmal eine Hilfestellung, nämlich werden die Sabäer erwähnt, 1, Vers 15 und auch die Chaldea, 1, Vers 17, die eine Inversion betreiben und dadurch Hiob Leid zufügen. Und unter anderem von diesen Bibelstellen und anderen kann man ableiten, dass Utz sich ungefähr dort befindet, wo es hier in der Karte eingezeichnet ist. Vielleicht noch als Randbemerkung, Klagelieder 4 und Jeremia 25 sind auch nochmal zwei Stellen, die Utz näher beschreiben. Klagelieder beschreibt Utz in Verbindung mit dem Land Edom. Und dann das Buch Jeremia beschreibt einige Könige aus dem Land Utz und nennt dann unter anderem auch Moab, Ammon und das Philisterland. Also das ist ungefähr sozusagen die Richtung. Das heißt, Utz befindet sich sehr wahrscheinlich, wie hier eingezeichnet, südöstlich von Israel. Beginnen wir mit unserem ersten Einblick in das Gebetsleben Hiobs, indem wir fortfahren mit der Überschrift und dem ersten Punkt, in guten Zeiten den Blick nach oben. Ich möchte zu Beginn einmal Hiob 1, Vers 1 bis 5 als Prolog vorlesen. Hiob 1, Vers 1 bis 5. Ich lese, wenn nicht anders vermerkt, nach Schlachter. Es war ein Mann im Land Utz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das böse Miet. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten. Jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin, luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer da für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt. Und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. In guten Zeiten den Blick nach oben. Wenn wir diese Verse so hören, wird uns erstmal Hiobs Reichtum vor Augen gestellt. Wir lernen über Hiob, dass er einer war, der viel Hab und Gut hatte. Wir finden interessanterweise jetzt hier nicht Großgold oder Derartiges genannt, sondern vor allem Vieh. Also die Anzahl der Schafe, Kamele, Jochinder, Eselinnen wurden uns genannt. Und eine große Dienerschaft. Er war ein sehr angesehener Mann. Sehr angesehen im ganzen Osten. Und Hiob wird uns als großer Scheich beschrieben. Er war groß. Er hatte auch Söhne und Töchter gehabt, womit ihn Gott gesegnet hatte. Und er wird uns charakterisiert als einer, der untadelig war und das Böse mied. Und dafür will ich nur eine Begleitstelle herausgreifen, wo das einfach seine Haltung, seine prinzipielle Haltung, nochmal als gottesfürchtig und wie keusch, einfach das auch nochmal herausgenommen und auch charakterisiert wird. Und zwar in Hiob 31, Vers 1. Da spricht Hiob selber von und sagt, Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Das gibt uns einen kleinen Einblick in seine Pietät, seine Gottesfürchtigkeit, dass er es wirklich ernst meinte mit Gott und in der Heiligung wachsen wollte. Er war wahrlich ein rechtschaffender Mann. Er war Psalm 1 in Person. Und das ist insofern interessant, Hiob als Geschichte und als Buch steht vor, den Bibelbuch der Psalmen. Und Psalm, das Psalmbuch beginnt direkt mit dem ersten Kapitel, wo der Gerechte beschrieben wird. Der nicht wandelt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und Hiob war ein solcher Mann, der danach trachtete zu tun, was Gott wohlgefällt. Er war gottesfürchtig mit das Böse. Und jetzt finden wir in Vers 1 bis 5 dargestellt, was für ein Reichtum Hiob hatte. Und uns wird vor Augen gestellt, seine Herrlichkeit. Und damit verbunden auch die Fallhöhe, wie tief er fallen würde von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit, wie wir gleich noch weiter sehen werden. Aber damit nicht genug. Ja, Gott hat ihm auch eine Familie geschenkt. Drei Töchter, sieben Söhne. Aber was war das Besondere jetzt? Und das sollten wir uns als Menschen, die im Westen leben, sich einmal näher ansehen. Hiob hinderte sein Reichtum, nicht Gott zu dienen. Obwohl er so viel besaß. Er war gottesfürchtig. Er diente Gott im Gebet. Er ist uns in seinem Gebetsleben ein enormes Vorbild. Wir finden ihn charakterisiert als ein Beter. Und das ist interessant. Er steht mit seinem Reichtum und mit seinem Leben, mit seinem gottesfürchtigen Leben konträr zu dem, was wir zum Beispiel in Lukas 12, Vers 19 finden. Da spricht der reiche Narr, der sich viel angehäuft hat, großen Reichtum hat. Er sagt, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. So war Hiob nicht. Hiob fürchtete Gott. Und deshalb finden wir im nächsten Vers dargestellt, wie sich seine Gottesfürcht noch kennzeichnete. Er war besorgt um seine Kinder. Er war besorgt darum, dass auch die nächste Generation Gott kennenlernt, ihm nachfolgt und vor allem im Reinen mit Gott ist. Deshalb finden wir seine Vorgehensweise hier, dass, wenn sie feierten, dass er frühmorgens sich aufmachte, Branddopfer darbrachte, für jeden von ihnen sie heiligte und für sie betete vor Gott. So machte es Hiob alle Zeit. Hiob hatte damit verbunden eine Gebetsroutine gehabt, die ihn auf etwas Besonderes auch vorbereiten würde. Er war ein besonderer Mann und wir sehen, wie er trotz des Reichtums Gott treulich diente. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass die Bibel Reichtum an sich nicht verbietet. Wir finden in der Schrift kein Eremittentum gebot, dass man sich von allem entsagen soll und ja keinen Besitz haben darf und als Mönch leben soll. Das Entscheidende bei Besitz ist unsere Herzenshaltung, so wie wir es bei Hiob auch sehen. Wird unser Erfolg Besitzgeld zum Götzen oder ehren wir damit Gott und fragen wir her, was willst du damit ich, was ich damit tun soll? Hiob ist gerade verletztere das Beispiel, was er uns einfach als Vorbild liefert. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch mal darauf hinweisen, 1. Timotheus 6,10 steht, die Geldgier ist eine Wurzel, alles böse, nicht das Geld an sich oder Gold oder was auch immer, die Geldgier. Das müssen wir uns im besten Grad vor Augen halten, wo man immer mehr haben möchte, wo man den Geizhals nicht voll genug bekommt. Jakobus sagt im Neuen Testament, dass die Reichen sich ihrer Niedrigkeit bewusst sein sollen, weil der Reichtum vergeht und deshalb soll, wenn es einem anvertraut ist, zur Ehre Gottes eingesetzt werden in dem Wissen, dass man es sowieso nicht auf ewig behalten wird. Hiob war ein reicher Mann, aber er war auch reich bei Gott. Der Betende Hiob lehrt uns, dass eine feste Gebetsroutine in ruhigen Zeiten eine heilsame Prävention, eine Vorbeugung für Krisenzeiten sein kann und ist. Hiob ging es gut. Er dachte sich nicht einfach, ach, ich habe doch alles, was ich brauche, Kühlschrank beziehungsweise damals Salzschrank, ist eigentlich voll, was brauche ich da noch? Das Gebet. Nein, so dachte er nicht. Er dachte gerade jetzt und besonders jetzt weiß ich mich abhängig von Gott und nahm es aus Gottes Hand und wollte damit Gott auch ehren, auch mit seinen Kindern, die ihm von Gott anvertraut waren. Deshalb gedenkt und gedenke an den Herrn in deinen guten Zeiten. und Prediger 12,1 beschreibt sowas besonders für junge Leute. Dort steht und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die böse Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen dir oder sie gefallen mir nicht. Deshalb, wenn du ein junger Mensch bist, fang früh an, Gott im Gebet zu suchen, eine gesunde Gebetsroutine in deinem Leben einzurechten, in guten Zeiten. Doch, dann wendet sich die Situation. Während der wohlhabende Bericht aus Hiob 1, Vers 1 bis 5 uns noch im Ohr nachhalt, schwenkt das Buch von der irdischen in eine himmlische Ebene. Wir bekommen zunächst gezeigt, wie Hiob mit seinen Söhnen beziehungsweise Kindern umgeht, doch dann schwenkt die Kamera hinauf in den Himmel und wir lesen von Gott und wie seine Engel, die dort Söhne Gottes genannt werden, zu ihm kommen. Und wir bekommen einen Blick hier hinter die geistlichen Kulissen. Es kommt zu einem Gespräch, dort kommt dann auch, wird beschrieben, auch Satan und Satan heißt übersetzt so viel wie Widersacher oder Verkläger und Satan spricht mit Gott und verhandelt mit ihm. Nur weil wir diesen Einblick bekommen in Kapitel 1, verstehen wir das Ganze, was dann später geschieht, viel deutlicher und besser. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Hiob das nicht hatte. Er hatte nicht den Einblick gehabt, den wir in Kapitel 1 und 2 bekommen, was auf himmlischer Ebene im Geistlichen geschah. Was machte es ihm insgesamt auch so schwer, als ihn das Leid traf? Dieser Dialog, der dann im Himmel jetzt stattfindet, ist übrigens auch in die Kunst der deutschen Literatur eingegangen, wurde zum Beispiel von Goethes Faust auch in gewissem Sinne kopiert. Goethe hat in seinem bekannten Werk Faust, an dem er knapp 60 Jahre gearbeitet hat, ein Prolog im Himmel beschrieben zwischen Gott und dem Widersacher Mephistopheles und wir müssen festhalten, so sehr wie Goethe ein Genie gewesen ist, ein Literar, ein Literar-Genie, war es auf geistlicher Ebene nicht, aber ein Panthe ist kein Christ und in seinem Faust wird uns eben Faust als Knecht Gottes dargestellt, der, wenn wir ihn aber mit Hirb vergleichen, alles andere ist als Gottesknecht. Das nur am Rande gesagt, weil das auch die deutsche Literaturgeschichte geprägt hat. Uns verwundert dieser Abschnitt, wenn wir dann lesen, Kapitel 1, dass der Satan vor Gott kommt, der Widersacher, einfach frei vor Gottes Thron kommen darf und Gottesknechte verklagen kann. Wir müssen uns dabei zunächst von einer falschen Prägung trennen. Der Teufel oder Satan ist nicht in der Hölle. Noch nicht. Seit dem Werk von John Miltons im 17. Jahrhundert Paradise Lost glauben viele Menschen, dass der Teufel in der Hölle ist. Nach dem Motto Better to reign in hell than to serve in heaven. Dem ist nicht so und dafür gibt es Belege. Neben hier ab 1, Vers 7 finden wir auch in 1. Petrus 5, Vers 8 ein Vers, der uns zeigt, dass der Widersacher, also der Teufel, frei umher geht. Petrus schreibt hier, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und auch in Offenbarung 12 finden wir einen Vers, wo es heißt, dass als dann der Teufel quasi vom Himmel ausgestoßen wird, dass er unsere Brüder, also die Knechte Gottes vor Gott Tag und Nacht verklagt hat. Und das gibt einfach den Hinweis, dass der Teufel quasi noch nicht in der Hölle ist. Wir erfahren das aber dann später in Offenbarung 20, Vers 10, das heißt, erst nach dem tausendjährigen Reich wird er in den Feuer und Schwefel fuhr, also während dem tausendjährigen Reich wird er gefesselt werden, am Ende nochmal feigelassen werden und dann am Ende wird er in den Schwefel und Feuer fuhr geworfen, was dann die ewige Hölle ist. Und dort sein für immer und ewig. Hiob 1 fordert jetzt Satan Gott heraus nach dem Motto, nimm deinem Knecht Hiob doch mal die ganzen Stützen seines Wohlstands weg und du wirst sehen, dass er dich, dass er dir ins Angesicht fluchen wird. Im ganzen Buch Hiob geht es darum, dass ein unteilig und rechtschaffender Mann leiden muss, um dadurch auch diese Anklage des Satans zum Schweigen zu bringen. Und Hiob liefert dann den Beweis, dass ein echter Gläubiger, wenn er alles verliert, doch an Gott bleibt. Und Satan verfolgt dieses Ziel, Gott die Anbetung zu rauben und den Menschen damit zum Götzendienst zu verführen, ihn von Gott wegzubringen. Ich hatte das Thema kürzlich in meinem Kindergottesdienst gehabt, Götzendienst und Gottesdienst und das waren Kinder von drei bis sechs Jahren, die haben das relativ schnell gut verstanden. Wir müssen verstehen, dass Götzendienst Diebstahl ist, weil wir Menschen, die wir Gott unseren Dienst und Anbetung schulden, ihm die Ehre nehmen und sie anderen Dingen oder anderen Menschen geben. Damit begehende Diebstahl. Das ist Götzendienst. Und wir geben Gottes Ehre damit jemandem oder etwas, was es nicht verdient hat. Und das möchte Satan eigentlich verlangen. Er sagt, doch, ich bekomme das hin, dass er dir absagen wird, dass er dich verfluchen wird. Und Satan wettet und er sagt an dieser Stelle wirklich, dass hier Gott ins Angesicht absegnen, wörtlich heißt es absegnen wird, das heißt ihn verfluchen wird. Gott gewährt ihm darauf, in einem begrenzten Bereich Hiob zu versuchen. Wenn Gott Leid zulässt, das erfahren wir aus Kapitel 1, dann begrenzt das Gott. Und dieses Leid, was über uns Menschen kommt, muss an Gott vorübergehen. Das ist eine Aussage, die hier aus Kapitel 1 herausgeht. Das Leid, was uns geschieht, was Menschen geschieht, das geht an Gott vorüber. Und dass wir inmitten einem ähnlichen geistlichen Kampf stehen, wie hier, auch wenn es auch nicht derselbe 1 zu 1 ist, sagt uns das Neue Testament an unterschiedlichen Stellen. Ich habe hier einfach mal ein paar rausgegriffen und ich denke, das ist wichtig, hier nochmal klären zu sagen, gerade auch im Hinblick auf das Gebet. Epheser 3, Vers 10, Da spricht Paulus davon, dass die Gemeinde, dass an der Gemeinde, den Fürstentümern und Gewalten der himmlischen Regionen, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden soll. Wir finden an 1. Korinther 4, Vers 9, wie der Apostel Paulus sagt, dass die Apostel der Welt zum Schauspiel geworden sind, sowohl Engel als auch Menschen. Bezieht es auf sich und auf die Apostel. Und dann nochmal diese klassische Stelle, Epheser 6, Vers 12, wo steht, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sind nicht unsere Gegner, sondern dass es Herrschaften und Gewalten in einem übertragenen Sinne im Geistlichen gibt, gegen die wir eigentlich kämpfen, die sozusagen die Beherrscher der Finsternis sind und das sind geistliche Mächte und Bosheiten in den himmlischen Regionen. Und das Besondere bei diesem Kampf ist, dass Gott uns nicht einfach so laufen lässt, sondern dass er uns ausrüstet. Und davon spricht Epheser 6, worauf ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, aber eins möchte ich sagen, weil das zum Gebet passt. Er nennt hier die geistige Waffenrüstung und er spricht von dem Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das sollen wir nehmen. Und er sagt, wie? Indem wir zu jeder Zeit beten, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist Teil der geistigen Waffenrüstung, um diesen geistigen Kampf zu durchstehen. Gebet ist eine Waffe, die Gott uns anvertraut hat. Und genau das sehen wir auch im Buch Hiob. Und das ist Hiob's Situation. Er ist gekennzeichnet durch Gebet und Ausdauer in guten Zeiten, doch wie verhält es sich in schlechten Zeiten? Damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Wir kommen zum zweiten Punkt. Nachdem wir gesehen haben, in guten Zeiten den Blick nach oben, sehen wir als nächstes in schlechten Zeiten Gott trotzdem loben. Es folgen jetzt über Hiob drei Wellen mit insgesamt sieben Hindernissen, die Hiob abbringen sollen von Gott, abbringen sollen vom Gebet und abbringen sollen vom Gottesdienst. Sie sollen ihn dazu bringen, Gott zu verfluchen und ihn letztendlich auch zu verlassen. Und wir finden in Hiob 1 dann die folgenden Ereignisse, dass Hiob eines Tages dann erfährt von seinen Knechten, sie kommen angerannt zu ihm und einer nach dem anderen berichtet ihm und sagt, Herr, Sabäer sind gekommen und sie haben deine Knechte geschlagen. Feuer Gottes fiel vom Himmel. Die Kaldäer sind eingetroffen und haben gut zerstört. Ein heftiger Wind, sagt dann der vierte Knecht, kam, als deine Kinder feierten und das ganze Haus, wo sie versammelt waren, stürzte ein und sie starben. Auf der Stelle, was für ein Schicksalsschlag würden wir sagen. muss man sich vorstellen, diese Nachricht in so einem kurzen Moment berichtet zu bekommen, ein so wohlhabender Mensch gewesen zu sein und dann ist alles weg. Doch das Bemerkenswerte dabei ist, ist, dass Hiob Gott nicht zum Abschied segnet. Nein. Die hebräische Konstruktion betont Hiob 1 Vers 20 21, dass Hiob inmitten von Leid und Verlust Gott segnet und ihm die Ehre gibt und da lesen wir da stand Hiob auf, als er das erfahren hat, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an und er sprach nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen nackt werde ich wieder dahin gehen der Herr hat gegeben der Herr hat genommen der Name des Herrn sei gelobt was für ein Mann inmitten von Leid betet er an wir sehen Hiob auch inmitten von Schmerz mit einem betenden Herz schwierige Zeiten offenbaren aus was wir gemacht sind beziehungsweise was in uns ist und hier sehen wir aus was für ein Charakter Hiob damals schon war und was für eine göttliche Ironie Hiobs Worte enthalten Satan setzt alles daran dass er hier von Gott abbringt dabei führt ihn das Leid geradezu hin zu Gott das sollen Anfechtungen tun Anfechtungen sind die Wölfe die die Schafe zum Hirten treiben Hiob soll Gott ins Angesicht zum Abschied segnen aber das Interessante ist dass es hier steht dass Hiob vor Gottes Angesicht niederfällt und Gottes Name segnet er beugt sich vor seinem Gott und betet an wie ist so eine Haltung möglich fragen wir sie ist Gottes Werk die in den ruhigen Zeiten vorbereitet wurde denn dann wenn alle unsere Stützen fallen zeigt sich worauf wir uns verlassen haben und ich wurde an dieser Stelle an zwei Biografien erinnert zum einen Jonathan Edwards und seine Frau er war einer der einflussreichsten prediger in amerika unter dem sogenannten great awakening im 18 jahrhundert er war ein gottesfürchtiger mann und reformierter pastor und wurde mit einer frommen familie von gott gesegnet eines tages kam es dann dazu dass der 54 jährige starb als erstes dokument oder als erste dokumentierte reaktion finden wir dann einen Brief von seiner Frau Sarah Edwards wie sie an einen seiner Kinder schreibt mein allerliebstes Kind was soll ich sagen ein heiliger und gütiger Gott hat eine dunkle Wolke über uns gebracht oh mögen wir doch die rote küssen und unsere Hände auf unseren Mund legen der Herr hat es getan er bewirkt dass ich seine Güte bewundere weil wir ihn nämlich Jonathan Edwards so lange hatten weil mein Gott lebt und ihm gehört mein Herz oh was für ein Vermächtnis um liebe es zu sein was für eine bewegende Nachricht was für ein bewegender Trauerbrief über den Verlust gab sie Gott die Ehre oder nehmen wir an dieser Stelle einmal eine Szene aus der Biografie des russischen Baptisten Wanya Moiseev der um seines Glaubens Willen in der sowjetischen Armee verfolgt wurde gefoltert wurde letztendlich als Märtyrer starb es gibt in seiner Biografie wie eine äußerst bewegende Szene die mich auch an Hiob erinnert hat als er in einer feuchten und kalten Eiszelle bis aufs äußerste gefoltert wird nur um seinen Glauben an Christus abzusagen da heißt es von ihm die jetzige Zelle war feucht und hatte keine Pritsche sie erinnerte Wanya schmerzlich an die Zelle in der er vor einem Jahr zusammengekrümmt tagelang zubringen musste er schauderte wenn er sich an die Reihenfolge der Zellen erinnerte sie glich in einem Albtraum die Kammer in der das Eiswasser von der Decke tropfte und danach die Gefrierzelle und danach die Todesqual in dem Druckanzug während ihm der Kampf Christi wieder und wieder durch den Kopf ging ließ ihnen ein überwältigendes Bewusstsein von Gottes Gegenwart erzittern er erinnerte sich an die Worte sei guten Mutes ich bin bei dir ich habe die Welt überwunden Jesus hatte die Welt überwunden auch Wanya würde sie überwinden Tränen überströmten sein Gesicht er beugte sich in den beengten Raum so tief er konnte und weinte und betete Gott an weißt du entgegengesetzt einer weit verbreiteten Bewegung in christlichen Kreisen ist Anbetung nicht von einem Gefühl abhängig Anbetung ist nicht von einem bisschen Nebel oder einer ein bisschen idyllischen Musik die dich hochschaukelt abhängig geh immerhin frag mal Sarah Edwards Wanya Moiseev oder den gehorsamen Abraham der seinen Sohn brachte und anbetete und geh hin fragt dann Hiob Anbetung ist ein Gehorsamsakt unabhängig von unserer Gefühlslage in der Anbetung geben wir Gott was ihm gehört die Ehre und mag es bei dir vielleicht keine Eiszelle sein und vielleicht auch nicht unbedingt dass du jemanden Geliebtes verloren hast aber vielleicht ist es bei dir der gehässige Kommilitonin oder der Arbeitskollege der dir wegen deines christlichen Bekenntnisses das Leben schwer macht vielleicht ist die unerwartete Nachricht einer Diagnose oder etwas anderes das dich wie ein Schlag getroffen hat von jetzt auf gleich aber ich möchte dich ermutigen durch das Vorbild Hiobs lass es nicht zu dass Satan dich dazu bringt Gottes Ehre preiszugeben Hiob beugte sich inmitten seines Verlusts und betete Gott an man könnte meinen dass dieser Schlag Hiob umgehauen hat dass er angesichts dessen vielleicht einen Herzinfarkt bekommen hätte dann wäre er wahrscheinlich so gestorben wie über Jakob in Hebräer 11 gesagt wird im Englischen heißt es dying he worshipped sterbend betete er an aber es geht weiter mit Hiob es geht weiter ja er war seine Kinder hatte er verloren es waren seine Kinder gestorben und damit hat er einen tiefen Verlust gehabt und ja etwas von sich selbst verloren in den Tod geben müssen doch Hiob lebt weiter aber auch das Leid geht weiter und so kommt die zweite Welle ganz ohne RKG Satan durfte Hab und Gut von Hiob antasten aber ihm wird jetzt von Gott erlaubt dass er seine Hand an Hiob anlegen darf an Hiob selbst nämlich mit der Einschränkung sein Leben nicht anzutasten das heißt ihn zu töten an dieser Stelle drängt sich uns eine Frage auf woher das Böse überhaupt kommt woher kommt die Sünde woher die Ungerechtigkeit in der Theologie wird dafür der Begriff der Theodizee Frage verwendet und beabsichtigt wenn man es wörtlich übersetzt die Rechtfertigung Gottes angesichts des vielen Leides der Begriff der Theodizee die Frage wurde dabei von Gottfried Wilhelm Leibniz 17. und 18. Jahrhundert geprägt der hier in Hannover wirkte und dann noch starb und er leitete ihn von Römer 3 Vers 5 ab da es den Rahmen des Themas jetzt natürlich sprengen würde ich mich aber nicht einfach schweigend an dieser Frage entlanghangeln kann möchte ich an dieser Stelle mit Benedikt Peters Halden und Paul Humburg zu Wort kommen lassen der dazu folgendes sagt wie kam in Gottes gute Welt die Sünde hinein ich glaube es gehört zum Wesen der Sünde dass wir sie nicht erklären können weil wir in der Sünde sind ist unser Verstand von ihr verdunkelt sodass wir auf diese Frage keine Antwort wissen es ist ein unerklärbare und für unsere Vernunft unverständiger Tatbestand dass die Sünde in Gottes Welt hineingekommen ist es muss wohl unerklärt bleiben denn wenn man sie erklären könnte dann wäre ja die Sünde nicht eine Durchbrechung von Gottes Welt Gott sagt uns nicht alles über das Böse er sagt uns einiges darüber das Wie das Wozu und wer das näher studieren möchte kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht drauf eingehen aber den möchte ich ganz herzlich auf das Kommentarbuch von Benedikt Peters hin verweisen über das Buch Hiob und er findet dort ab Seite 38 die Abhandlung die ich wärmstens empfehlen möchte Hiob trifft der nächste Schlag und es kommen jetzt zwei weitere Hindernisse folgend aufeinander die zweite Welle es treffen ihn harte Geschwüre und wir erfahren aus späteren Kapiteln Hiob 2 8 19 20 30 27 und folgende wie sehr ihm das wirklich an den Leib auch ging und was für Nebenwirkungen er wirklich auch hatte mit diesen Geschwüren und wie ihn das bis an den Rand der Verzweiflung trieb als seine Freunde ihn in Kapitel 2 Vers 12 sehen und sie kannten ihn ja heißt es sie erkannten ihn nicht mehr so sah er aus aber damit noch nicht genug Hiob sitzt in der Asche und nun kommt seine letzte familiäre Stütze her seine Frau seine ihm vom Gott gegebene Frau die einzig noch gebliebene Hilfe und Stütze wo auch sie fällt und sie kommt zu ihm und sagt dann dass er sich von Gott los sagen soll wörtlich dass er Gott zum Abschied segnen soll und hier finden wir wieder den Wortlaut den Satan vorangeführt hat sie sagt fluche Gott und stirbt dann und es ist richtig dass Hiob Frau an dieser Stelle keine Sprüche 31 Frau ist keine vorbildliche Frau ist aber wir wollen mit unserem Urteil nicht allzu schnell sein denn auch sie hat er alles verloren auch alle Kinder mit einem Schlag verloren aber dennoch stimmen wir natürlich mit Hiobs Aussage ein wenn er sagt dass so notörigte Frauen sprechen das ist beachtlich dass Hiob das sagt er sagt wenn wir zu seiner Frau die ihn gerade dazu überreden möchte beziehungsweise zu ihm sagt Gott zu abzusegnen Gott zu fluchen zu sterben und er sagt wenn wir das Gute von Gottes Hand nehmen sollten wir das Böse nicht auch annehmen weil dem versündigt er sich Hiob nicht mit seinen Lippen obwohl Hiob so hart geprüft wurde sagt er Gott nicht ab und dann kommt die letzte Prüfung die siebte seine drei Freunde kommen an und bekunden ihm jetzt das Mitleid in Kapitel 2 11 bis 13 lesen wir davon seine Freunde drücken ihm zunächst ein deutliches Zeichen des Mitgefühls und der Trauer aus Buber übersetzt dass sie gekommen seien um ihm zuzunicken das Beileid auszusprechen und ja seine Freunde trauern dann mit ihm sieben Tage und sie trauern über diesen harten Verlust mit ihm und diese sieben Tage Trauer hat in die heutige in das Judentum zum heutigen Tag seine Einwirkung gehabt nämlich so eine Tradition mit sich gebracht dass wenn man einen Verwandten verliert dann trauern auch die religiösen Juden sieben Tage und sie nennen das dass sie Shiva sitzen also sie sitzen Shiva sie sitzen sieben Tage und trauern darüber und diese Tradition hat hier in Hiob 2 ihre Wurzeln und sagt nach einer jüdischen Weisheit aus je tiefer die Trauer desto weniger Zunge hat sie und so schweigen sie sieben Tage das müssen wir den Freunden zunächst einmal zugute halten bei all dem was wir nachher noch an ihnen kritisieren ist dass sie mit dem Trauernden trauern oder nach immer 12 15 können wir sagen mit dem weinenden weinen bevor es jetzt zu einem handfesten Schlagabtausch kommt muss ich noch eine wichtige Anmerkung zur Textform des Hiob Buchs machen damit hilft uns einmal die nächste Darstellung wo wir einfach eine Übersicht nochmal über das Buch Hiob finden und zwar hat der Aufbau Hiob ist eigentlich so ein Dreiteiler quasi eine Trilogie Kapitel 1 bis 2 ist im Hebräischen in einer Prosaform geschrieben als Erzähltext ab Kapitel 3 beginnt dann der Urtext in einer lyrischen Form fortzufahren und sich dann hin bis zu Kapitel 41 zu ziehen aber Achtung es ist nicht dieser klassische poetische Stil wie wir ihn heute vielleicht kennen so AABB oder ABAB Reim nein die Poesie die wir hier finden hat eine besondere Bildersprache und das meint eine Sache etwas auszudrücken einen Satz zu sagen und denselben Inhalt auf eine andere Art und Weise in einem zweiten Satz nochmal zu beschreiben quasi wie man einen Diamant in der Hand hält und das Licht spiegelt sich darin wenn man den dreht auf nochmal eine andere Art und Weise so eine Art Poesie finden wir in diesem Abschnitt und ab Kapitel 42 wechselt der Text dann wieder zu Prosa und schließt mit einem Erzähltext das Ganze ab das Buch Hiob hätte eigentlich in Kapitel 2 aufhören können hätte eigentlich sein Ende gehabt hätte vielen Kommentatoren also die sich damit ja ausführlich beschäftigt haben und auch Lesern und auch Dichtern manches an Arbeit erspart Hiob hatte alle äußeren Prüfungen bestanden und Gott nicht verflucht warum geht es noch weiter Gott ließ uns die nächsten Kapitel überliefern und zur Heiligen Schrift also Teil davon werden weil er uns noch etwas weiteres lernen möchte und damit kommen wir zum dritten Aspekt den wir von Hiob lernen möchten wir haben gesehen in guten Zeiten den Blick nach oben in schlechten Zeiten Gott trotzdem loben und sehen jetzt im nächsten Schritt mit unseren Klagen vor Gott treten die Debatte beginnt und hier haben wir das siebte Hindernis wir haben gesehen dass die gute Zeit Hiob nicht wegbringen konnte vom Gebet die schlechten Zeiten ihn auch nicht wegbringen konnte sondern vielmehr noch mal hin zu Gott getrieben haben jetzt fragen wir was ist mit den Klagen es kommt die siebte Last es beginnt nämlich eine Debatte zwischen Hiob und zwischen seinen Freunden die gekommen waren um ihn zu trösten Hiob fängt an ab Kapitel 3 und durch bricht das Schweigen und es bricht gerade so seine Bitterkeit bricht aus ihm heraus er hat inmitten dieser harten verlust eigentlich alles richtig gemacht aber es hat sich nichts verändert wie kann das sein wo ist der himmlische Vater in Kapitel 3 merken wir dass das Schweigen Hiobs ihn sehr hat bitter werden lassen das erinnert den Bibelleser an Naimi aus dem Buch Ruth der Bibel die auch verbittert von Moab zurück kam und hier klagt über seine Geburt dass er überhaupt auf die Welt gekommen ist er war doch eigentlich gerecht gewesen wieso trifft ihn das warum braucht man eine Atombombe wenn doch auch ein Schuss gereicht hätte um es meinen eigenen Worten zu sagen wir können seine bittere Klage nicht im Einzelnen analysieren aber ich möchte zumindest einen Punkt rausnehmen nämlich Kapitel 3 Vers 3 hervorheben wo er eine wichtige Aussage macht was er vielleicht jetzt gar nicht so in den Vordergrund in seiner Rede stellen wollte aber was uns heute noch mal an einer besonderen Stelle hilft er spricht in Kapitel 3 Vers 3 davon von dem Moment seiner Zeugung in der Nacht der Empfängnis seiner Mutter wo sich Eizelle und Sperma verbindet wurde ein Knabe gezeugt hier steht nicht ein lebloser Fleischklumpen nein das war bereits ein Mensch und dieser Mensch hatte bereits ein Geschlecht das mögen sich Christen in allen hitzigen Abtreibungs- und auch Gender-Debatten dick unter die Ohren schreiben Job's Klage führt jetzt zu einer Debatte die sich bis zu Kapitel 31 hinzieht und angesichts unseres Überblicks den ich gerade noch einmal zeigen möchte haben wir einen Zyklus der immer wieder aufeinander folgt wie wir auch hier nochmal dargestellt finden hier predet dann folgt die Antwort oder die Gegenrede von Eliphas der wahrscheinlich der Älteste gewesen ist weil er als erstes redet auch dann spricht Hiob wieder dann kommt Bildat als wohl Mittlerster und dann redet Hiob wieder und dann spricht Sofar und wir finden dann nochmal Hiob und wir sehen dass das drei Debatten drei Runden sind wo sie miteinander diskutieren warum Hiob leidet ob Gott auch wirklich gerecht ist in dieser Situation und dieses Muster wiederholt sich dreimal und das ist dann so dass beim letzten Mal Bildat nur noch ganz kurz redet wenige Verse und Sofar sogar gar nichts mehr zu sagen hat die Freunde die sieben Tage lang ruhig waren beginnen Hiob in mehreren Runden herauszufordern dass er angesichts des ganzen Verlustes vor Gott schuldig ist sie glauben dass ihn deshalb die Strafe zu Recht getroffen hat die Argumentation der Freunde ist eigentlich wie folgt das ist eigentlich ihre Hypothese sie sagen Gott ist gerecht ja Gott bestraft Gottlose und segnet Gerechte da Hiob leidet muss er böse sein wenn er sich zu Gott bekehrt dann wird Gott ihn wieder segnen so ist ihre Argumentation das Entscheidende dabei ist dass Hiob's Freunde in ihren Reden viel Wahrheit sagen sie sagen richtige Dinge Paulus zitiert im Neuen Testament zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 19 einen Satz von Eliphas aus Hiob 5 Vers 13 und sagt denn es steht geschrieben er bezieht sich auf die Schrift und er führt es an um zu belegen dass Gott die Weisen ihre List fängt also denn die Weisen dieser Welt die Weisheit in dieser Welt ist Torheit vor Gott sagt er allerdings und das möchte ich jetzt hinzufügen zu den Reden der Freunde hier ist das richtige Wort zur falschen Zeit immer noch falsch Sprüche 25 Vers 11 spricht von der folgenden Aussage wie goldene Äpfel in silbernen Schalen so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit das ist ein wichtiger Aspekt für die Seelsorge den wir beachten sollten gerade ein so geplagter wie Hiob braucht inmitten der Schmerzen nicht einfach eine kühle soziopathische Analyse seiner Situation sondern eine seelsorgerliche Hand die ihm beisteht und aufhilft ja natürlich sollen Christen die Wahrheit reden zu jeder Zeit aber Epheser 4 Vers 15 sagt nach der Elbefellübersetzung lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe der Grund warum wir Menschen zwei Ohren einen Mund haben finden wir in Jakobus 1 19 weil wir schnell zum Hören aber langsam zum Reden sein sollen die Freunde Hiobs hatten so manches Wissen und sie blustern sich auf und der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist dass Weisheit richtige Anwendung von Wissen ist wenn wir die Debatte zwischen Hiob und seinen Freunden weiter verfolgen tun wir gut daran Gottes Bewertung des Ganzen zu sehen Gott sagt am Ende des Hiob Buches mein Sohn ist entbrannt über dich Eliphas und deine beiden Freunde denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob das muss man sich im Hinterkopf behalten bei den ganzen Redewechseln zwischen Hiob und seinen Freunden was Satan nicht durch Sabea Kaldea Feuer, Wind Geschwüre oder auch Hiobs Frau erlangen konnte dass wir sie der nun an durch eine hitzige nahezu endlose Debatte das dürfen wir an dieser Stelle nicht falsch verstehen Debatten sind wichtig manchmal auch heilsam wird in unserem Land ja viel zu wenig über manches debattiert wir sehen das auch übrigens in Apostelgeschichte wo Paulus zu den Synagogen reingeht und mit den Juden sich unterhielt und debattierte ja Debatten sind wichtig über Wahrheit finden auch zum Beispiel Spriche 27 noch die Stelle wo es heißt Eisen schärft Eisen so schärft auch ein Mann den anderen aber wir sollen nicht auf Kosten von Schwachen debattieren nur damit unsere Weisheit und Überlegenheit zur Ausschau und zur Ansicht gestellt wird in Hiob 5 finden wir jetzt eine Stelle wo uns nochmal gesagt wird wie Eliphaz über Hiob zum Beispiel redet und wenn wir uns das angucken was er hier beschreibt Eliphaz sagt eigentlich an dieser Stelle Hiob wenn du recht wandelst dann wird es dir gut gehen erzählt auf was mit ihm beschied und das ist alles schön und gut aber hör immer das mal an in Hungersnot wird Gott dich vom Tod erlösen und im Krieg von der Gewalt des Schwertes vor der Geisel der Zunge wirst du geborgen sein und wirst die Verwüstung nicht fürchten wenn sie kommt über Verwüstung und Dürre wirst du lachen und vor den wilden Tieren der Erde nicht erschrecken denn mit den Steinen des Feldes stehst du im Bund und das Wild des Feldes hält Frieden mit dir du wirst erfahren dass dein Zelt sicher ist und betrachtest du deine Wohnung so fehlt dir nichts und er fährt sofort auf zu zählen was mit ihm ist wenn er wirklich Gott fürchtet und wir halten im Hinterkopf was in Kapitel 1 auf himmlischer Ebene geschehen ist und wie das was er hier tut was Eliphaz hier tut Hiob sehr nahe geht weil es ihn letztendlich als ungerecht darstellt und als geplagt weil er gottlos ist und immer und immer wieder finden wir das bei den Freunden Hiobs die nahezu so einen leichten Hang zum Health Wealth Prosperity Gospel haben der sagt glaube nur richtig und dir wird es gut gehen dir wird nichts zu Leide kommen Gott würde dich vor dem Bösen bewahren das ist was Hiob am meisten angefochten hat da bin ich sicher genau diese Haltung der Freude finden wir auch im Satans Vorwurf wieder als er sagt ist Hiob sagt er zu Gott ist Hiob umsonst gottesfürchtig hast du ihn nicht ihn und sein Haus und alles was er hat ringsum eingehegt das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herde breiten sich im Land aus genau darum ging es dass an Hiob klar werden sollte dass er auch dann wenn alles wegfällt er trotzdem bei Gott bleibt noch ein weiteres Beispiel finden wir in Hiob 15 Vers 17 bis 35 was ein langer Abschnitt ist den ich jetzt nicht im Einzelnen lesen möchte aber dort nennt Eliphaz beschreibt Hiob als Gottlosen wirklich wenn wir das lesen es ist offensichtlich dass er hier von Hiob spricht er spricht von einem Frevel er spricht von einem der Teil einer Rotte des Ruchlosens ist und damit beschreibt er Hiob und sagt weißt du Hiob weil du ein Frevel bist ist das Schwert über dich gekommen ist dein Haus zerstört worden sind dir deine Kinder genommen worden hat Feuer deine Hütte zerstört das muss Hiob sehr hart getroffen haben und noch mehr Leid hinzugefügt haben diese Besserwisserei und ja wer solche Freunde hat der braucht keine Feinde mehr Hiob spricht in Hiob 16 Vers 3 einmal davon dass seine Freunde ihn schon 10 mal geschmäht haben aber Achtung an dieser Stelle fällt uns etwas auf dass in dieser ganzen Diskussion Hiob der einzige ist der sich immer und immer wieder an Gott wendet und er an Gott hängt und auch mit seinen Klagen zu Gott kommt und zu ihm betet und ruft keiner der Freunde Hiob spricht mit Gott das heißt nicht dass sie nicht gebetet haben aber wir haben sie der Schrift nicht überliefert bekommen Hiob dagegen klammert sich an Gott ganz nach Psalm 73 23 und dennoch bleibe ich stets bei dir du hältst mich bei meiner rechten Hand und immer und immer wieder finden wir wie Hiob's Verteidigungsrede ein Klagegebet wird hier nur diese Stellen und ich möchte nur eine davon mal herausgreifen das sind einfach alles so Stellen wo wir ein Gebet von ihm auch finden und wir finden zum Beispiel in Hiob 16 folgenden Vers doch jetzt hat er Gott mich erschöpft du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet aber auch jetzt noch siehe ist mein Zeug im Himmel mein Bürger in der Höhe meine Freunde spotten über mich aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschen Kind vor seinen Nächsten wir wegen das zu lesen wie Hiob in der Diskussionskrise sich auch als Beter erweist das ermutigt uns dass wir auch mit unseren Klagen vor Gott treten sollen und ihn dadurch ehren dass wir auch unsere Klagen vor ihm bringen Klagen kann auch beten sein wenn es aufrichtig vor Gott ist da geht es jetzt nicht darum Gott anzuklagen zu beschimpfen das meine ich nicht sondern Gott die Not zu bringen und ich verweise an dieser Stelle nur auf ein ganzes alttestamentliches Bibelbuch nämlich das Klageliederbuch das im Hebräischen einfach nur Echa heißt also es ist ein trauender Seufzer oder ein lauter Klagegeschrei lautes Klagegeschrei und da finden wir eine Klage in ein paar Kapiteln geschrieben das hat Gott auch in die Schrift aufnehmen lassen wir hatten in der Jugendstunde das Lied gesungen vor diesem Thema Lasst uns danken statt zu klagen ist ein schönes Lied dieses Lied ist richtig und hat sicherlich auch einen passenden Standpunkt bei Hiob allerdings hat Klagen auch seinen Platz und so sagt zum Beispiel Prediger 3 Vers 4 Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit inmitten des Feuerofens in dem Hiob wie Gold geprüft wird der Weiße sich als beständig er bleibt bei Gott er sagt sich von Gott nicht los und Hiob 13 Vers 15 zeigt uns einmal mehr Hiobs Beständigkeit die Beharrlichkeit das Ausharren von dem Jakobus gesprochen hat siehe tötet er mich ich werde auf ihn hoffen die deutschen Übersetzungen haben sich in diesem Vers sehr schwer getan man findet diese Übersetzung so in der CSV Elbefeld Übersetzung mit der Fußnote versehen ich denke dass es da so aber am besten mit getroffen ist ist auch nicht so ganz leicht zu übersetzen siehe tötet er mich ich werde auf ihn hoffen und Johann Sebastian Bach hat diese Worte in eine wunderschöne und empfehlenswerte Kantate gekleidet die heißt ich habe meine Zuversicht auf den getreuen Gott gericht möchte ich empfehlen an dieser Stelle einmal anzuhören und der englische Prediger Sage Spurgeon schreibt über diesen Vers der die Beharrlichkeit im Gebet aber auch im Leiden Hiobs zeigt und er sagt darüber dieses ist eine der erhabenen Aussprüche der Bibel dieser Vers erhebt sich wie ein Alpengipfel über alle gewöhnlichen Höhen der Rede er durchstößt die Wolken und schimmert im blendenden Licht Gottes hätte ich zur Aufgabe eine Sammlung der erhabensten Ausspriche aller Menschen zu erstellen dann stünde dieser als einer der ersten so zähes Festhalten so unerschütterliches Vertrauen das sind keine Früchte der Menschennatur sondern seltene Triebe allmächtiger göttlicher Gnade diese Worte Hiobs waren eine Antwort sowohl auf die Einwürfe Satans als auch auf die Einwürfe seiner Freunde obwohl Hiobs es nicht wissen konnte dass der Teufel gesagt hatte fürchtet Gott Hiob Gott umsonst hast du nicht alles was er hat ringsum eingezäunt so beantwortet er diese schäbige Unterstellung doch auf die denkbar beste Weise denn Hiobs sagt eigentlich sollte Gott auch meinen Zaun niederreißen und mich so nackt und bloß machen wir eine Wüste so klammere ich mich im Glauben doch an ihn Hiob bleibt in der Krise im Gebet und damit bei Gott er hat viele Klagen viele Fragen aber er bleibt bei Gott ein Glaubensmann sagte einmal zweifle nie in der Dunkelheit an was Gott dich im Licht dich im Licht gelehrt hat vielleicht hast du nicht einen derartigen Verlust jetzt wie Hiob zu berichten aber du tapst in einer anderen Sache vielleicht im Dunkeln das sind Zukunftsängste die den Himmel über deinem Leben verdunkeln und dir die Perspektive nehmen sind familiäre Sorgen die dich belasten eine zerbrochene Vergangenheit vielleicht sogar Beziehung die ein verletztes Herz hinterlassen hat oder was es auch ist vielleicht ist es auch einfach die Isolation in unserem Land oder die damit verbundene desaströse wirtschaftliche Situation die dir nahe geht bis an die Existenz und die Finsternis über dein Leben kommen lässt komm ich möchte dir einen Lichtblick zeigen ich möchte dir einen Lichtblick zeigen den auch Hiob kannte da steht in Jesaja 50 Vers 10 wenn Hiob diesen Vers damals auch nicht hatte aber den Inhalt kannte er sehr wohl weil ihn selber lebte und dort steht wer unter euch fürchtet den Herrn wer gehorcht der Stimme seines Knechtes wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott und die bildliche Anwendung davon finden wir bei Hiob ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Empfehlung weitergeben wenn du gerade in einer Situation bist die einfach schwierig ist und auch schmerzlich ist es gibt ein gutes Buch von Jerry Bridges im Deutschen heißt es Gott vertrauen der englische Titel ist ein bisschen besser Trusting God When Life Hurts Even When Life Hurts da geht es darum da geht es darum dass gerade im Schmerz dir Gott vertrauen soll und Jerry Bridges hat es sehr schön angeführt und sehr gute Ausführungen zugemacht die ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchte und die Diskussion kommt jetzt zu einem Schluss wir haben gesehen dass Hiob ausgeredet hat kann er seine Freunde mehr kann er ein Wort erwähnen und darauf antworten und ich muss an dieser Stelle noch Folgendes sagen der Vollständigkeit halber Hiob wurde am Anfang des Buches als untadelig als gerecht und rechtschaffend beschrieben die Sache ist dass Hiob darum wusste und so entwickelte sich auch in dieser Diskussion seine Gerechtigkeit immer mehr zu einer Selbstgerechtigkeit es gibt ein paar Stellen wo wir das sehen können er sagt hier zum Beispiel in Hiob 27,5-7 ich werde mir meine Unschuld nicht nehmen lassen bis an mein Ende ich halte meine Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage meinem Feind aber ergehe es wie dem Gottlosen meine Widersacher wie dem Übeltäter und später als dann Elihu auf die Bühne tritt heiß ist ein Prante der Zorn Elihus der Sohn Brachels des Busiters aus dem Geschlecht Rahm über hier entbrannte sein Zorn weil er meinte er sei Gott gegenüber im Recht und meinte damit eigentlich dass Hiob gerechter sei als Gott Ab Kapitel 32 wird dann eine neue Person auf die Bühne die wir hier schon angedeutet finden Elihu Elihu war bisher im Verborgenen gewesen er hat aber alles mitbekommen und zugehört er ist der Jüngste wohl und gehört auch zu einem der Freunde Hiob's als Jungspund tritt er jetzt auf die Bühne und bewertet die Diskussion und bringt eine neue Perspektive darauf er sagt nämlich Leiden kann auch präventiv sein kann da deshalb kommen weil Gott sich verherrlichen möchte kann präventiv insofern sein dass wir uns nicht an ihm versündigen beziehungsweise überheben und uns unseren Stolz vor Augen führen der noch in uns ist diesen Gedanken finden wir übrigens im Neuen Testament auch bei Paulus 2. Korinther 12 7-10 da spricht er von einem Stachel im Fleisch die ihm von Gott gegeben wurde damit sich Paulus nicht überhebt und damit bringt Elihu doch nochmal ein besonderes Licht ins Dunkel und Elihu bereitet Gott darauf vor er ist eigentlich der himmlische Mittler nachdem sich Hiob gesehnt hat das sagte Hiob mal in Hiob 9,33 und 16,19 er wünscht sich einen Mittler wir können leider nicht jetzt in Elihus Rede weiter eingehen da würde mir die Zeit jetzt fehlen auch wenn es mich dazu verleitet ich möchte aber ganz kurz auf eine Sache noch hingehen bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen nämlich wir sehen hier einmal dargestellt den kirchstischen Aufbau vom Buch Hiob und wir finden dass ein Reimschema vorliegt beziehungsweise ein Schema vorliegt wo Elihu in der Mitte als Mittler ist worauf es sich abzielt eigentlich das ist denke ich schon sehr bewegend und das sollte man sich beim Studium des Buches Hiob mal näher zur Gemüte führen Elihu ein Freund der es gut mit Hiob meint und ihn letztendlich auch vorbereitet Elihu ist einer der um Hiobs Sturm wusste was er durch macht und deshalb ihn aufhilft ihn zurechtrücken möchte und vorbereitet auf Gottes Reden während er redet während Elihu redet scheint ein Sturm mit aufzuziehen das merkt man wenn man seine Rede liest am Horizont kommt ein Sturm und was wir als nächstes finden das ist interessant Hiob sprach einmal du setzt mich dem Sturm aus lässt mich dahin fahren sagt er zu Gott er hat sein Leben beschrieben weil sein Leben mitten im Sturm und das Spannende ist dass wir nach Elihus Rede tatsächlich von Gott hören wie er zu zu Hiob spricht inmitten vom Sturm und Gott antwortet ihm jetzt auf seine Fragen auf seine Klagen besser gesagt mit 77 Fragen Hiob hat in Hiob 9 3 gesagt dass wenn der Mensch vor Gott tritt dass er von Gott wenn er 1000 Fragen gestellt bekommt nicht einer antworten kann und genau so ist es jetzt genau in dieser Situation kommt er quasi und Hiob weiß nicht auf eine einzige Frage von Gott Antwort wenn wir Gottes Fragen in Kapitel 38 bis 41 studieren dann stellen wir fest dass Gott Hiob einfach nur fragt und wir müssen merken seine Fragen sind mit Ausrufezeichen versehen Gott fragt Hiob kannst du die Schöpfung erklären kannst du meine Schöpfung überwachen kannst du meine Schöpfung unterwerfen und das Spannende ist an dieser Stelle Gott antwortet nicht und sagt Hiob ich erkläre dir wie es zu dem Leid kommt sondern Gott sagt und zeigt ihm damit verbunden einfach schau Hiob ich sitze im Regiment nicht du und ich habe keinen Moment die Zügel aus den Händen verloren und das möchte dir anhand Erschöpfung zeigen du kannst nichts von dem was ich dich hier frage so beantworten dass du sagst dass du das könntest was ich dich jetzt frage und genau deshalb steht es dir nicht zu mir als Gott zu sagen dass ich ungerecht sei dir gegenüber und Gott macht ihm damit klar und führt ihm vor Augen dass er der ist der souverän ist auch gerade inmitten des leides und ich finde gerade wenn man diese drei kapitel liest das ist so stark bildhaft auch dargestellt so farbig was Gott aus der schöpfung herausnimmt er zeigt einfach nur auf die schöpfung und sagt dadurch wer Gott ist und wer Hiob ist und all dem bleibt Hiob sprachlos er kann am Ende tja nichts anderes als die Hand auf den Mund legen schweigen und dem Staub und Asche in dem er so lange geklagt hat Buße tun um Gott mit dem Bekenntnis anzubeten ich erkenne dass du alles vermagst da gibt Hiob Gott recht und schau Gott spricht zu Hiob ja wir hätten es so gern dass Gott zu uns redet in guten Zeiten das tut Gott mit Sicherheit Gott redet durch sein Wort zu uns kann auch Umstände gebrauchen aber Gott spricht zu Hiob aus dem Sturm und macht ihm sein Wesen deutlich führt es ihm vor Auge in all dem merken wir wie diese Offenbarung Hiob diesem leidenden Mann dorthin führt zu erkennen wer Gott ist Hiob hat Gott vorher schon gekannt aber er sagt ich habe dich nur vom Hören und Sagen gehört jetzt hat aber mein Auge dich gesehen und ich erkenne dass ich schuldig bin dass ich zu weit gegangen bin mit meiner Forderung wir müssen wir müssen verstehen hiob hatte noch keine bibel wir haben viel mehr offenbarung offenbarung gottes gottes heute als hiob und er hat sich so verhalten das ist sehr bewegend und er ist in diesen schwierigen zeiten inmitten der klage doch ein beter gewesen der sich auch mit seinen klagen noch an gott gewandt hat und nachher auch dann über seine rechthaberei gegenüber gott umgekehrt war und gott die ehre gab und damit kommen wir zum schluss zur endstation hiobs nämlich zum letzten teil wir haben gesehen mitten von schmerz ein betendes herz und sehen jetzt im nächsten teil in der erhöhung für andere beten in guten zeiten den blick nach oben in schlechten zeiten gott trotzdem loben mit unseren klagen vor gott treten und in der erhöhung für andere beten in hiob kapitel 42 finden wir den schluss nach dem gewittersturm hat sich die luft geklärt hiob sieht wieder klar aber interessant ist noch dieser epilog gott hat nämlich auch noch ein paar worte zu sagen an hiob zu richten und zwar an hiob neue und es geschah als der herr diese worte an hiob vollendet hatte das sprach der herr zu eliphas dem thema niter mein zorn ist entbrannt über dich und deine freunde beiden freunde denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein knecht hiob so nehmt uns sieben jungstiere und sieben witter und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer da für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören. Dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Hiob's Freude haben nicht recht über Gott geredet und das ist eine Auszeichnung für Hiob. Wie wohl auch er ein paar Punkten daneben lag, aber Gott sagt, ihr habt nicht geredet wie Hiob. Und sie werden aufgefordert, dass sie Brandopfer bringen sollen und dass dann Hiob für sie beten soll, denn nur ihn wird Gott hören. Denn nur ihn werde ich erhören, sagt er. Wir finden in diesem Abschnitt und in Kapitel 42 Hiob viermal als Knecht bezeichnet. Was für ein Adel nach dem vorangegangenen Tadel. Das Schöne am Ende ist, dass Hiob und seine Freunde einsichtig sind. Dass die Freunde dann auch danach handeln. Dass auch Hiob nach Gottes Wort gehandelt hat. Die Frage, die wir uns am Ende stellen müssen ist, sind wir auch bereit, einsichtig zu sein? Weißt du, wir können nicht alles Leid auf der Welt erklären. Man kann viel Weisheit sagen und viele Worte darüber verlieren. Wir können nicht erklären, woher die Sünde kommt. Aber es gibt einen Lichtblick, den wir haben, den uns Gott gegeben hat. Es gibt einen Ort, den wir haben, wo wir hinschauen können. Und dieser Ort ist das Kreuz, wo uns Gottes Mitgefühl und Mitleid offenbar wird. Das Kreuz, an dem das größte Unrecht, das größte Leid aller Zeit geschehen ist, wo Jesus Christus, der Einzige, der keine Sünde kannte, den qualvollen Tod eines Gottlosen starb. Ich hatte mal eine Begegnung vor einigen Jahren am See Genezareth in Israel mit einem Juden gehabt und wir waren dort mit Freunden und haben gegrillt nach einer Wanderung. Da kamen dann zwei Juden dazu und wir kamen ins Gespräch und ich habe sie gefragt, hey, kennt ihr Gott? Glaubt ihr an Gott? Einer von ihnen sagte darauf, soll ich an einen Gott glauben, der so etwas zulässt wie den Holocaust? Mein Großvater starb damals im KZ, sagte er. Ich konnte darauf nichts sagen, ich habe geschwiegen. Ich hätte versuchen können, ihm die Theodizee-Frage zu erklären, ihm sämtliche Bibelstellen zu nennen, aber ich habe geschwiegen. Und wir haben ihn dann zum Essen eingeladen und plötzlich fing er dann anzufragen, warum seid ihr Deutschen eigentlich hier in Israel? Ich sagte ihm, wir sind Christen und glauben, dass Israel Gottes Volk ist und denen aus Liebe den Holocaust-Überlebenden in einem Pflegeheim. Das konnte er nicht begreifen und er fing an zu fragen. Warum? Warum tut ihr das? Warum tust du das als Christ, als deutscher Christ? Das Gespräch ging dann so weit, dass er die entscheidende Frage am Ende stellte. Am Anfang stand die Frage, wie kann es sein, wenn es einen Gott gibt, dass er so etwas wie Auschwitz zulässt? Und am Ende des Gespräches stellte er dann die entscheidende Frage, warum musste Jeschua, also Jesus, am Kreuz sterben? Ich konnte ihn, der von Leid verbittert war, dann einfach nur noch auf das Lied des leidenden Gottesknechtes hinweisen. Jesaja 53, wo über den Messias geschrieben steht, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wenn es um Jesus geht, dann sind wir nicht besser als Hiobs Freunde. Dann haben wir uns genauso verhalten, aber das Schöne ist, dass die Schrift uns einlädt, unser Vertrauen diesem Mann am Kreuz zu schenken, dass wir ihm vertrauen und glauben, dass er es in der Hand hat, dass er über allem steht und dass ihm die Zügel nie entrissen sind und auch nie reißen werden. Und ich möchte dich deshalb einfach am Ende auch nochmal dazu ermutigen, dich im Gebet an diesen Herrn zu wenden, wenn das noch nicht in deinem Leben geschehen ist und dein Leben diesem Herrn zu geben im Gebet. Und wir kommen jetzt damit zum Schluss, indem wir am Ende noch einmal sehen, Hiob und seine Freunde waren einsichtig gegenüber Gott. Sind wir es heute auch? Hiob betet am Schluss für seine Freunde. Und ich möchte dich dazu ermutigen, auch in der Erhöhung, ja, wir können jetzt wieder sagen, wieder den guten Zeiten, dass wir uns daran ausrichten, ein regelmäßiges Gebet zu haben. Und das kann man zum Beispiel auch tun, wenn man für seine Freunde regelmäßig betet. Und mir ist es durch die Biografie von Jim Elliot mal wertvoll geworden, meine Woche in Gebetstage einzuteilen. Und da gibt es auch einen Tag, wo ich bewusst und gezielt für meine Freunde bete. Wo ich einen Tag mir bewusst auch reserviert habe, wo ich gezielt für meine Familie bete. Für meine Arbeitskollegen bete. Für die Gemeinde bete. Nimm dir Zeit zum regelmäßigen Gebet. Du wirst sehen, es bereitet dich zu. Und schau, Hiob sagt er am Ende jetzt nicht, jetzt wo Gott ihm sozusagen Recht gab in dieser Absicht, dass er für seine Freunde beten sollte. Sagt er nicht einfach, Ätschgebele, ich habe es euch doch schon die ganze Zeit gesagt. Nein, er tut ja selber auch Buße und betet dann für sie. Und so sehen wir, bei Hiob steht Gebet am Anfang, in der Mitte und auch am Ende. An guten wie in schweren Zeiten. Und somit möchte ich schließen, Gott gibt ihm dann das Gute wieder zurück. Nicht, weil sich Hiob das jetzt verdient hat. Das ist Gottes Güte, die er dadurch zeigt. Und er kriegt es doppelt zurück. Gott ist es, der bei den Gläubigen stets das letzte Kapitel schreibt. nicht immer muss es so ausgehen wie bei Hiob, bei Gottesknechten. Aber wir wissen, dass wenn es bei Gottesknechten einmal ans Ende des Lebens geht, dass sie dann die Herrlichkeit erwartet. Wir haben gesehen, in guten Zeiten den Blick nach oben. Wir haben gesehen, in schlechten Zeiten Gott trotzdem loben. Mit unseren Klagen vor Gott treten und auch in der Erhöhung für andere beten. Und deshalb möchte ich schließen mit einer weiteren Ermutigung zum Gebet. Ist in mitten von Schmerz ein betendes Herz, dann ist in mitten von Leid auch Gottesherrlichkeit. Und wenn du einmal Interesse hast, noch ein Gedicht über das Buch Hiob zu hören und das noch nicht kennen solltest, findest du genau dieses auch unter dem Video verlinkt. Mitten von Leid Gottesherrlichkeit. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020